lebe deinen traum das war die überschrift auf einem reisekatalog die einem sofort ins auge fiel lebe deinen traum viele menschen haben einen traum einen lebenstraum in ihrem herzen viele christen haben einen traum von gott in ihrem herzen eine vision vielleicht eine große vision eine große aufgabe ein großes vorhaben und manchmal sprechen sie mit anderen darüber und sie stellen dieses diese vision diesen traum anderen vor und wenn sie darüber reden dann stehen die warner und die bedenkenträger und die entmutiger auf und zerreden diesen traum zerreden diese vision und zerreden eigentlich alles und auf einmal ist nichts mehr übrig und die menschen bleiben sitzen da wo sie jetzt im moment sind in der bibel finden wir eine ganz ähnliche situation nämlich in der geschichte die uns über abraham berichtet wird vielmehr über seinen vater terach er war auch vor abraham schon aus ur in kaldea ausgezogen um nach kanaan zu ziehen und dann lesen wir dass er nur bis haran kam dort ließ er sich nieder und starb eigentlich war haran nie das ziel gewesen für ihn ich freue mich immer über diesen satz der da über abraham geschrieben ist und abraham brach auf abraham ließ sich auch nicht aufhalten durch die widrigen umstände durch die er letztlich auch durchgehen musste da waren widerstände da war wüste da war hungersnot alles keine leichten sachen wir denken immer ja abraham brach auf und dann kam er an und er war gesegnet und wir lesen so im schnellflug seine lebensgeschichte abraham brach auf weil er ein wort hatte von gott und weil er mit gott durch diese dinge durchgehen wollte er wollte wirklich auch ankommen er wurde stärker durch die herausforderungen die ihm da entgegen standen er ließ sich nicht nach der letzten nach der nächsten kleinen weg etappe nieder sondern er ging step by step weiter bis er das erfüllt hatte wohin er ziehen sollte abraham wurde im glauben stärker heute ist für dich der tag gekommen wo du ganz neu deine vision die du von gott empfangen hast wo er dir die gaben gegeben hat wo er dir ins herz gelegt hat was du tun sollst ganz neu ergreifst vielleicht hattest du schon mal die koffer gepackt vielleicht hattest du schon mal den ersten schritt raus getan aber du hast dich vielleicht zurückhalten lassen egal durch welche dinge heute ist der tag wo du ganz neu die vision von gott empfangen kannst um deinen traum mit gott zu leben den traum den er dir gegeben hat zu leben verpass nicht die gelegenheit die gott dir gibt sondern mach dich auf da brach abraham auf das ist ein wort was heute für dich gilt was du nehmen kannst ich breche heute auf ich werde heute wieder das was ich hatte zurückgewinnen gott will es mir neu in die hand geben ins herz geben und ich werde aufbrechen ich werde weiter gehen ich werde raustreten aus den dingen weil ich weiß es ist etwas was gott in mein herz gelegt hat ich lasse nicht nach ich bleibe nicht hier sondern ich gehe weiter mit dem herrn und ich weiß auf diesem weg hat gott mehr für dich nicht ich ich es es